ja moin moin und willkommen zurück bei golden medieval schön dass du eingeschaltet hast warum liegt hier gerste übrigens das ist nicht schön servo russ ist tot die kuh finde ich so nicht gut denn kühe waren wirklich zum transportieren gar nicht mal so schlecht viel interessanter ist aber die hühner sind inzwischen doch die katze ja nicht unbedingt mehr die wenigsten hier nicht zu sagen wir bräuchten mal hähnchen und kreuen chicken nuggets zum essen genau wissen wir noch am letzten tag des frühlings und der weg ist natürlich sehr weit aus wollte du bist clever haben wir eigentlich hier irgendwo wir haben das ja abgegrenzt ich bin jetzt nicht sicher ihr hattet das mal geschrieben ich weiß jetzt nicht ob gegner hier drüber laufen können nein wäre es natürlich viel cleverer wenn wir keine holztür sondern entweder eine gittertür oder ich meine verstärkte tür wäre schon sinnvoller aber immer kann er wieder nicht und warum nicht müsste theoretisch da gehen zack scott ist erschöpft naja gut er hat es nicht so weit also theoretisch müsste ich die tür hier ohne probleme rein nehmen auch umfohlen hat er weil er zu unfähig ist eine treppe zu laufen gut gut er hat was gegessen also daher kein problem dann ist das ja doch wieder erst am nächsten tag dass wir etwas bauen können also mir wäre es schon lieb wenn die sagen okay wenn die hier durchlaufen könnten könnten wir doch auch einfach die treppe abreißen da kommen die nicht hier hoch wir haben hier unten noch keine felder ich wollte gerade sagen tiere sind hungrig warum kam eigentlich jetzt noch keine meldung dass wir sommer haben also wir sind jetzt im sommer ich präsentiere sommer das sommer erschien wie ein warmer siegen bla 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 eigentlich wäre seine idee könnte man machen muss man nicht so kommt jetzt mal jemand und reißt hier das loch in die mauer einfach nur da ein loch rein genau das man muss nur meckern es scheint zu funktionieren zack versteckte tür rein und gut ist einfach zur sicherheit das heißt die kommen dann hier ohne probleme rein und wir könnten zur sicherheit auch das noch abreißen aber natürlich viel cleverer wo ist eigentlich also ich will jetzt nicht sagen dass nur wenig angepflanzt haben ich will nur sagen wir haben zu wenig kräuter also das sollten wir doch demnächst mal anfangen einfach kräuter zu ernten anzubauen und wir könnten ja mal das auf sich sehr hoch stellen kräuter wir kommen hier was raus schläft 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 der möchte doch botanik lernen nein möchte er nicht oder erpflanzten schneiden macht er nicht schneide mal die kräuter bekommen das hin ja das bringst du gleich mal einen lagerplatz wir müssen auch jemand haben der der in der hitzewelle sich nicht über anstrengt ich meine es 19 Uhr es wird jetzt rasant wärmer das heißt aber noch lange nicht dass was passiert denn die müssten jetzt alle auch sich hinlegen so kalt stein haben wir um geht das jetzt nicht gebäude nicht erreichbar nicht genug warum ist das nicht erreichbar weil diese treppe fehlt und hier noch bisschen boden gut ja wir haben noch mehr hasen wir haben noch mehr hasen ich meine das habt ihr mir prophezeit das ist vor allem haben wir kein tierfutter aber es ist nicht schlimm wir haben hier hühner sieht lustig aus und genug alkohol aber hier mann ich hier auch tierfutter bei hier doch auch nicht hier da fehlt was gemüse nein es fehlt heu gemüse und gemüse ist beispielsweise äh kohl und wir brauchen mehr kohl wie es aussieht wir werden doch da ein feld hin bekommen ich glaube das hat auch irgendjemand in den kommentaren geschrieben das kohl also dass ich kohl anbauen sollte ja ja das ist wer leidet hast gott weil er draußen baut ja gut ähm was jetzt blablabla gut und gibt sich vor bekämpfung aha dafür ist die katze doch sinnvoll also das finde ich schon mal gut also da kann man nicht beckern und jetzt haben wir genau das was nicht passieren sollte und ich weiß wer dann schon wieder schreibt ja ja nee nicht schreit sondern schreibt ja in der hey ist dann mal gut in der hitzewelle bei 35 grad kannst du doch äh nicht die draußen rumlaufen lassen lass die was drin machen ist richtig ich gebe ich dir vollkommen recht die person weiß wenn ich meinen aber sonst geht das ja hier nie voran so die mauer ist soweit durchgezogen das gut naja gut hier noch nicht ganz so wie ich gerade sehe ist sehr schön dass wir hier die anhalt hier oben ne da gibt es keinen zugang hier oben gibt es aber leider doch ich glaube da gab es einen zugang aber der habe ich glaube ich weggebaut und man hat die treppe hin so werden wir die jetzt muss man den meiner zu machen zwei kräutersamen aber wo sie gehen kräuter sehr hoch ja wir haben schon eine hasen und echo ist ja nicht schön es muss doch auch hier irgendwo möglich sein dass die mal kräuter angepflanzt haben oder was machen die mit den kräutersamen wo sind die samen hin liegt da was nein nein das milch da ist honig und krillfleisch haben wir genug also da haben gestern und besser auf einmal kurz das mit dem umfallen ging das eigentlich so wo haben wir jetzt gott nein nicht fluchen und irgendwo müssen die kräutersamen ja sein das kann ja nicht angehen ganz ehrlich alles entfernen hoch und dann wo ist es hier da alle samen mit bedienen sowas haben wir noch was und ja immer noch der hit schlag so räumt das mal weg ich möchte jetzt die samen finden naja bringt jetzt mal jemand was die schaffe scheinbar nicht gut da sind schon mal welche unterwegs aber es muss doch irgendwo das mit den kräutern liegen ich bin doch nicht blöd oder behauptet da jemand das gegenteil zack auch das müsste jetzt pst das paar zu tief naja liegen nur die flachsam 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 die zersetzen sich entschuldigung das heißt es muss irgendwo hier rum liegen die flachsamen ja kommen dann schon wieder irgendwo hin das ist nicht das problem aber ich möchte die kräutersam also kräuter ist jedes mal dasselbe so hin und her ja so aber weiß grad sehe für heute reicht die suche nach den kräutern wir stopping wir noch pumpkin die zwei löcher oder gibt es noch mehr h innovate gut damit haben wir die löcher werfen Dia24 und wir suchen beim nächsten mal weiter nach dem kräutern oder wir kaufen und welche falschen falls den händler welche mit dabei hat heute erstmal vielen dank fürs zuschauen und entschuldigung für die überlänge bis zum nächsten mal